Was sagt unser Tierschutzgesetz dazu? Der Paragraf 7 des Tierschutzgesetzes definiert den Tierversuch als Eingriffe oder Behandlungen zu Versuchszwecken an Tieren, wenn sie mit Schmerzen, Leiden oder Schäden für diese Tiere verbunden sein können. Der Paragraf 1 des Tierschutzgesetzes sagt, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Vernünftige Gründe sind alles, was dem Menschen in irgendeiner Form von Nutzen ist oder wovon behauptet wird, es könne eventuell von Nutzen sein. Ein paar Beispiele für vernünftige Gründe. Beagles, das sind diese wirklich ganz zauberhaften, sanften Hunde, denen werden Backenzähne aus dem Unterkiefer gezogen. In die Löcher werden dann Schraubenimplantate eingebracht. Nach drei Monaten werden Baumwollfäden um die Implantate gelegt. Diese Fäden bewirken durch Bakterienbesiedlung eine Entzündung und Zerstörung des Knochengewebes um die Implantate. Regelmäßige Röntgenaufnahmen dokumentieren die fortschreitende Knochenzerstörung. Wenn 40% des Knochens zerstört sind, werden die Fäden entfernt. Vier Wochen später wird das abgestorbene Gewebe abgeschafft. Die Hunde werden getötet. Die Fragestellung ist, wie Knochen auf eine solche Entzündung um die Implantate reagiert. Das ist längst bekannt, weil man das an Menschen sehr gut untersuchen kann, wenn es denn mal passiert. Eine zweite Fragestellung oder ein vernünftiger Grund wäre, rauszufinden, wie lange eine Möwe hungern kann. Oder, was passiert, wenn man einen Goldfisch beide Augen entfernt? Oder, wie entwickelt sich das Sehzentrum eines Kätzchens, das unter das Troposkoplicht aufwächst? Das ist wie in der Disco, dieses ständig wechselnde Grelle-Licht. Oder auch ein vernünftiger Grund sind auch die Forschungen, die in den sogenannten Klimatenspielen mit den Affen gemacht werden, wie das im Fernsehen ja im September auch gezeigt wurde, wo die Tiere eben mit Bolzen im Kopf fixiert werden und dann bestimmte Aufgaben lösen müssen, um was zu trinken zu bekommen. Ein früherer Vorsitzender der Ärzte gegen Tierversuche von 1988 bis 2002, Dr. Werner Hartinger, hat einmal gesagt, es gibt nur zwei Gründe für Tierversuche. Entweder man weiß zu wenig darüber oder man verdient daran. Recht hat er. Die enormen Gewinne habe ich eben schon beispielhaft genannt. Und ein paar Worte zu dem Wissen. Dass Tierversuche als unumstößlicher Bestandteil der Wissenschaft gelten, ist maßgeblich auch dem französischen Physiologen Claude Bernard, der 1813 bis 1878 gelebt hat, zurückzuführen. Er und vorher, ungefähr 100 Jahre vorher, auch der französische Philosoph René Descartes waren der Überzeugung, dass Tiere gefühllose Reflexautomaten seien. Die Folge davon war, dass das Tierexperiment zum Prüfstein jeglicher medizinischer Erkenntnis wurde. Daraus entwickelten sich neue Wirtschaftszweige, die die Experimentatoren mit Tieren, wie vorhin schon genannt, und Gerätschaften versorgten. Dieses auch heute noch geltende, antiquierte Wissenschaftssystem akzeptiert nur Ergebnisse, die mess- und reproduzierbar sind. Krankheiten werden zu technischen Defekten und Türen zu Messinstrumenten. Ein Ausstieg aus diesem 150 Jahre alten falschen Denkmuster ist mehr als überfällig. Dass dieses Denkmuster nicht nur alt, sondern auch falsch ist und Ergebnisse von Tierversuchen nicht auf Menschen übertragbar sind, liegt im Wesentlichen an zwei Gründen. Erstens gibt es massive biologische Unterschiede in Körperbau, Organfunktion, Stoffwechsel, Ernährung, Psyche und Umwelt. Und zweitens werden bei den sogenannten Tiermodellen Krankheitssymptome bei gesunden Tieren mit chirurgischen, toxischen oder gentechnischen Methoden künstlich erzeugt. Das hat mit der Krankheitsentstehung bei Menschen nichts zu tun. Anschließend wird dann versucht, diese Symptome wieder zu kurieren. Das klappt bei den Tieren meistens auch gut, aber leider nicht bei Menschen. Ein paar Beispiele für solche Tiermodelle. Ein Herzinfarkt wird beim Tiermodell durch operatives Unterbinden einer Herzkranzarterie erreicht. Bei Menschen aufgrund jahrzehntelanger einwirkender unterschiedlichste Faktoren und auch nicht nur an einer Stelle, sondern im gesamten arteriellen System. Zweites Beispiel, die Multiple Sklerose. Tiere erkranken von Natur aus nicht an Multiple Sklerose. Also wird versucht, bei Tieren ähnliche Symptome auf künstliche Weise hervorzurufen. Nach 100 Jahren tieerexperimenteller Multiple Sklerose-Forschung sind die Ursachen dieser Erkrankung dennoch weitgehend verborgen. Nun liefert aber eine Studie der Tiermedizinischen Hochschule Hannover den Grund dafür. Bei Menschen sind 5000 Gene an der Entstehung von Multiple Sklerose beteiligt. Nur 12 davon konnten im Tiermodell violiert werden. Das kann also gar nicht klappen. Diabetes wird durch Zerstörung der Inselzellen, die das Insulin produzieren, durch Giftinjektionen erreicht. Krebs durch Genmanipulation und ein Schlafanfall wird durch einen Faden in einer Hirnarterie simuliert. Ich vergaß noch zu sagen, dass das zugrunde liegende Gesetz, was die Tierversuche vorschreibt, 65 Jahre alt ist. aus der Erkrankung von Regionalem aus der Erkrankung von Verbrechnung von Verbrechen aus der Erkrankung aus der Erkrankung Untertitelung des ZDF, 2020